Ich finde es sehr traurig, dass es in Zeiten wie diesen wieder notwendig wird, dass man sich um die Aufweichung der Grundwerte einer Demokratie Sorgen machen muss. Dass man Angst haben muss, dass es zu staatlicher Willkür, zur Einschränkung der Pressefreiheit oder sogar zur Zensur von Kunst kommen könnte. Ich weiß nicht, es wird ständig Angst geschürt, die Spaltung der Gesellschaft wird vorangetrieben, eine kranke Ideologie macht sich irgendwie wieder breit toleriert von vermeintlich christlichen Menschen. Ich weiß nicht, wie kann man so deppert sein und sagen, ich bin mehr wert als irgendwer anderer. Kein Mensch hat das Recht, sich über einen anderen zu stellen. Jeder hat die gleichen Rechte. Und Österreich ist immer nur ein Rechtsstaat. Und das soll ja so bleiben, weil nur Rechtsstaatlichkeit schützt uns alle. Und Schweigen ist in dem Fall nicht Gold, sondern Hexens ein rostiges Blech. Also.